Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Age of Mythology. Mission Nummer 12, Ein leichter Schlaf. Die einzige Möglichkeit, Kemsitz' wütende Armee zu besiegen, besteht darin, das Schwert des Wächters zu seinem Meister zurückzubringen, da man hat sich dann auch geklärt, welche Reliquie wir da in der letzten Mission ausgegraben haben. Das war dann wohl das Schwert des Wächters. Kemsitz? Er ist dein Feind? Er hat hier in der Nähe einen Tempel des Osiris eingenommen. Es gibt einen Wächter im Tempel, aber er schläft. Wenn wir dem Wächter das Schwert zurückgeben, wird er erwachen. Die Götter scheinen uns wohl gesonnen zu sein. Oh ja, Eskorten-Mission. Das Oasendorf hier in der Nähe ist dem dunklen Gott Seed treu ergeben. Sie versklaven andere Dorfbewohner, um Gold für Kemsitz abzubauen. Ja, dann räumen wir da doch mal durch. Wir haben lauter Heldeninheiten. Auf euch muss ich aufpassen. Okay, sie ist einfach reingesprungen. Und okay, sie kriegt erstaunlich viel Damage ab. Okay, was macht hier so krass Damage? Diese Sperrkämpfer mit dem Gift sind erstaunlich mächtig. Greifen die auch die Dorfbewohner und greifen die nur unseren? Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben keine Damage-Schwähigkeit. Das Schwert hängt hinten ab. Okay, wir machen gerade noch die Zelte kaputt. Okay, wir haben es sofort umgekloppt. Die mythische Einheit, das ist sehr gut. Das Schwert sollte vielleicht nicht so weit nach vorne. Dann kriegen wir da einige Dorfbewohner. Dann haben wir hier vermutlich auch unsere erste Basis. Wandkampfunterstützung. Ist sie jetzt? Sie ist kurz umgekippt. Amandra, aber sie stehen wieder auf. Die Helden stehen alle wieder auf. Aber das Gift ist wirklich heftig. Nein, bitte führ uns sicher nach Hause. Und wir werden dir helfen, so gut wir können. Okay, nicht sicher, ob der Weg da hinten noch ein Problem ist. Wir brauchen ja eh generell viel Gold. Und ihr schaut mal da hinten, was da los ist. Ich hoffe, da ist kein Feind. Was ist hier? Hier ist ein Dorfzentrum. Was haben wir hier? Wir haben einen Markt... Ne, wir haben nicht mal einen Marktplatz. Wir haben einfach einen Haufen Arbeiter. Die Gebäude gehören nämlich nicht uns. Das heißt, wir sind tatsächlich... Ah, wir müssen die... Die Arbeiter... Ah, sie haben keinen Abgabefunkt. Okay, wir müssen die Arbeiter zum Dorfzentrum eskortieren. Daran scheitert es gerade. Sie wandern da mal weiter und gucken, was da so abgeht. Regenrinzen sind die Helden eigentlich immer. Ja, die Regenrinzen sind immer. Die Helden sind OP. Ein... Okay, hier steht einfach ein Weltwunder rum. Sehr schick, das Ganze. Und hier sind wir gekommen. Ich will das einfach nur so aus Prinzipen ausgauten. Weil am Ende das schwert, will ich ja sowieso nicht an der Front haben. Weiß noch nicht, ob wir mehr Arge kriegen, sobald wir... Ja, okay, ein paar Mumien stehen auf. Cool. Und da ist Kartenrand. Ihr pusht einfach weiter. Gruppe 2 kann mal nachrücken. Und ihr... Oh, da ist eine Reliquie. Never mind. Ich sollte vielleicht die Reliquie mitnehmen. Angst, das Reh. Gingens Einkommen an Gunst. Ja genau, Gunst ist ja das... Das läuft ja bei den Ägyptern auch anders. Nein, du... Sonst nimmt das Ding trotzdem auf. Und hier wird weiter gefeitet. Ah, das ist denn wieder mal Alligator. Diese Kokogiele. Ich glaube, ich habe mein Schwert verloren. Äh, ich habe es gerade gar nicht mitgekriegt. Aber ich schätze mal, das war ein Angriff aufs Schwert. Okay, dann nochmal von vorn. Okay, also ich glaube, das Problem lag irgendwo hier. Als ich die Reliquie aufgesammelt habe, ging hier das Chaos los. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann Akantos zerlegt hat. Und Akantos darf nicht fallen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was es genau der Ursprung war, warum ich die Mission gerade eben in dem Ansatz verloren habe. Aber kann ich nicht alle auswählen. Ja, danke schön. Trotzdem haben wir jetzt die Reliquie im Einsatz. Und laufen immer weiter. Ich habe die Gegend auch ausgekundschaftet. Die ganzen Mumien einfach schnell umlegen. Bis es da keine Probleme gibt. Also ich glaube, das war das Problem. Ich habe leider, wie gesagt, nicht genau geguckt. Und plötzlich war die Mission vorbei. Festgeschäft, man kann diese Obelisken kaputt machen, weil die gehören dem Gegner. Ein paar andere Sansen neutral. Die kann ich nicht kaputt machen, aber Obelisken müssen jetzt nicht sein. Dann geht es da weiter, während es ein Dorfbohrner können nachrücken und das Schwert kann auch nachrücken. Aber ich hoffe, das spawnt jetzt nicht noch weitere Rumieren. Das ist natürlich für uns etwas ungünstig. Wir sind in etwa kurz vorm Dorfzentrum. Und dann kriegen wir die Gitarren hier und eine ganz solide Base. Ah, da ist ein Kranich. Und da sind noch mehr versklavte Arbeiter. Das sieht gut aus hinten. Die Frage ist natürlich, wie der Fall jetzt hier, ob da noch Brustruppen vom Gegner unterwegs sind. Aber es sieht nach hauptsächlich Dorfbewohnern aus. Checken wir mal die Umgebung mit unseren Units hier. Bisher sieht das hier ja sehr, sehr ruhig aus. Die Frage ist, ob von hier hinten dann quasi uns noch was verfolgt oder ob das einfach ein Ruhepfad ist. Dann hätten wir es tatsächlich sehr, sehr gut, weil das limitiert dann die Winkel, aus denen der Gegner uns angreifen kann. Ein weniger feindlicher Winkel ist immer gar nicht gesehen. Damit ist auch eins dieser dieser Wahrzeichen, die Gunst generieren. Wie das bei den Ägyptern eben abläuft. Interessant auch, dass wir damit schon einen relativ großen Teil der Karte abgedeckt haben. Und auch, dass die Basen, die wir dann oder dann bekommen werden, relativ groß ist. Sogar mit Hafen und Fischerbooten. Okay, das ist auf jeden Fall der Haupteingang da nach draußen. Dann haben wir wirklich einen einzigen Ausgang aus unserer Base und dann können wir auch mal unsere Kollegen hier ranschicken. Da haben wir dann einen weiteren Helden. Sahure. So, da ist alles. Kann ich da hoch? Oh, da kann man hoch. Das ist ja schön. Wir zwei können nach vorne. Ein Priester natürlich dann auch ganz geil für Heilung. Und da ist feindliche Betätigung. Unsere Männer sind zurückgekehrt. Jo. Alles klar. Muchas gracias. Und dann... Wo ist meine Golde? Da. Bring sie die Schwerträger zum Wächter. Okay, wo bleiben die ägyptische Dörfer? Ah, okay. Von da kommt die Armee und wir müssen uns durchkämpfen, um das Schwert voranzubringen. Alles klar. Ich wollte erstmal noch einen Priester. Dann kann man da noch einen Held ausbilden. Können da noch upgraden. Wir können... Bisschen Fischerboot. Bisschen Fischerboot. Bisschen Nahrung. Hier gibt es eine interessante Stelle. Und wir müssen eigentlich nur hier durch, oder? Ja, dahin muss die Reliquie anscheinend. Und da kommt dann der Gegner quasi zu uns. Oder ist das auch eine... Gucken, was das für eine Fläche ist. Schauen wir uns das jetzt erstmal an. Am Tempel gibt es noch ein Upgrade für den ganzen Spaß. Du bist da. Du kannst da mitarbeiten. Müssen die Felder noch fehlen. Okay, Spin to Win. Anscheinend ist der Zeitdruck größer als gedacht. Da ist auch nochmal eine Wand. Ah, wir haben die Reliquie noch nicht abgegeben. Was man der Regen... Ah, Felder. Okay, also generell sehr viel Wirtschaftsfokus bei den... Warum fehlt der Hitpoints? Ach, weil es ein Söldner ist. Okay. Die Truppen sind erstaunlich tanky. Ich will das mal abfahren. Ah, ja, wir haben Katapult mit dabei. Sollt man vielleicht mitziehen. Oh mein... Okay, never mind. Äh... Akantos, du bist ein bisschen weit vorne. Okay, wir haben Akantos und unseren Priester floren. Das ist ungünstig. Nicht erwartet, dass das so viele Truppen sind. Also muss ich mich doch aufbauen. Ganz einfach so funktioniert das dann auch nicht. Zumindest haben wir defensiv wenig zu befürchten. Das heißt, wir müssen uns da wirtschaftlich und dann offensiv ziemlich ausbauen. Schicken dich dann noch als Scout gerade weiter. wie viel Wasser es hier gibt. Für mich, was das für ein Weg ist. Kann ich mich da quasi reinschleichen in die gegnerische Base? Macht ein bisschen Eindruck. Ich denke, haben wir da nochmal Fische. Und noch zweimal. Sie können noch ein paar mehr Fischerboote bauen. Irgendwo hier war doch genau da war die Nahrungsquelle. Neues Zeiter, da wäre dann auch ganz cool. Dafür brauchen wir aber mehr Nahrung. Wobei wir arbeiten an dem Problem. Okay, das erste Dorf ist komplett down. Wie viel Zeit haben wir da? Ja, das sind ja zwei unterdecke Dorfbewohner. Ihr könnt da noch Holz sammeln. Holz upgrade. Holz upgrade ist da. Und wir schippern mal noch den Fluss in die Richtung entlang. Ah, okay. Die können da gar nicht durch. Das ist gut zu wissen. Na gut. Es ist, was es ist. Wo machen wir weiter? Wir brauchen trotzdem nochmal einen Healer. Wobei da Healt irgendwas. Hast du jetzt die Reliquie abgegeben? Ja, hat sie. Weitere Reliquie gibt's nicht. Das heißt, wir müssen dann eigentlich auch schon bald gucken, dass wir in Sachen Produktion was da rein. Ein Monument. Okay, wofür ist der Einflussbereich vom Monument? Da stand was mit dabei. Ein großes Monument. Das ist ein kleiner bevor sie große bauen können. Äh, ich kann muss auf jeden Fall in zweite Zeit, oder? Wir haben eine Sonnenfinsternis oder die fließenden Sande. Das war die Teleportation. Dann werden wir nochmal Basket. Weiterhin kommt da sogar Gesellschaft. Koal. Cool. Also eher weniger cool, aber... Könnt ihr meine Belagung dafür bitte in Ruhe lassen? Die sind erstaunlich tanky, die Kollegen. Katapult schafft es allerdings. Und... Ah, es wird nicht repariert. Das Katapult geheilt. Ah, das Katapult wird geheilt. Okay. Wieder was gelernt. Neben hier ein Transportschiff bräuchte mir dafür. Aber das ist auch erst in zweiten Zeit halt dafür verfügbar. Das ist die Frage, wo man es am meisten sind, durchzupuschen. Und hätte gedacht, wo nicht hier. Aber wir können gerade keine weitere Infrastruktur bauen. Ressourcen haben ohne Ende. Wobei Häuser. Häuser sind Infrastruktur, die wir uns leisten können. Dann sind wir da schon mal vorbereitet. So, Heilung war fleißig. Die Truppe ist wieder versammelt. Oh, und wir sind in Zeit oder zwei. Zeit oder drei ist auch ein Thema. Tömmelverbesserungen brauchen wir eigentlich nicht. Können uns eine Sphinx mit dazu holen. Oh, ja, haben wir schon eine Sphinx mit dazu bekommen. Und da kommt die Upgrade. Dann generell Wirtschafts-Upgrades gibt es einiges. Und scheitert es da. Eine dritte Zeit, Alter. Da geht noch was. Wir können ja hier nicht beten, ne? Ja, genau. Unsere Glaubenspunkte funktionieren hier anders. Ich kann ein weiteres Monument aufstellen. Weil das mir die Häuser bauen. Dafür bräuchten wir einfach noch mehr Nahrung. Okay, das ist auch erst drittes Zeit, Alter. Also erstaunlich wenig Upgrades eigentlich fürs zweite Zeit, Alter. Aber dafür mehr Gebäude, mehr Infrastruktur, die wir uns da hinzimmern können. Und jetzt eben auch eine wichtige Kaserne, dass wir da mal ein hätten produziert. Immerhin, ich hätte tatsächlich es schlimmer erwartet, dass jetzt direkt auf zwei und drei angegriffen werden. Aber bisher nicht. Bisher chillt die Armee im Augenblick, was uns zugutekommt. Hier brauchen wir ein paar Felder. Mehr Nahrung ist immer gut. Jetzt mache ich dann auch schon den schnellen Schritt ins Zeit, Alter 3 haben, möchte ich noch mal ein Upgrade für die Sphinx. Okay, nehme ich gerne mit. Oh, okay, die klingen auch gruselig. Das nächste Priester oder das nächste Monument steht. Und noch ein Monument. Jedes Monument, das wir hier aufbauen, gibt uns mehr mehr glauben. Dann kann ich meine Fähigkeiten öfter verwenden und mehr von den guten Upgrades erforschen. Ich darf Brunner bauen wirklich etwas langsamer, das merkt man. Aber das ist okay. Ich cancel das, weil ich will die 800 haben, dann können wir direkt aufs herrliche Zeitalter gehen. Du bist auch fertig, wolle da dann weiter runter sammeln und vor allem Einheiten ausbilden, dass wir dann als zumindest Einheiten Upgrades dazu holen. Das hat jetzt alles Nahrung gekostet. Da kommen noch mal ein paar Truppen vorbei. Die sollten wir aber hinkriegen. Wir haben jetzt die Okay, ja, die die Sphinx. Okay, die fliert, aber auch sehr rapide Hitpoints. Krass. Mit der 300 Hitpoints und hat jetzt nicht lange durchgehalten. Hol noch mal den einen oder anderen Priester mit dazu. Nahrung braucht noch einen Augenblick. Transportschiff wäre eigentlich ganz cool. Die Frage ist, was laden wir da rein? Im Prinzip. Im Prinzip packen unsere Helden da rein. Wo ist Akantos eigentlich abgeblieben? Er liegt da noch. Okay, Akantos liegt noch. Akantos liegt einfach. Akantos chillt da hinten. Na gut, dann soll er chillen. Mein Transportschiff ist da. Genau, ich will nämlich gucken, was hier abgeht. Und dann holen wir uns wir haben Heuschreckenplage. Könnte ich hier einreden, mit Gebäude angreifen, dabei Felder und alles zerstört. Zitadelle. Okay, da können wir ein Dorfzentrum mit einer Zitadelle umwandeln. Da kriegen wir die Skarabeos, die schon wirklich gruselig waren. Hier kriegen wir die die Krokodile oder einen Transporter. Fliegenden Transporter. Die Skarabeos sind halt krass. Dann holen wir die Skarabeos mit dazu. So, euch mal rausgeladen. Hier gibt es wirklich nur eine Goldader. Oder geht es da hoch? Da geht es hoch. Da oben gab es ja auch noch so einen komischen Pfad, den man laufen konnte. Ja, genau. Hier ist eine Base, aber... Oder hier ist die Base vom Gegner. Das ist noch erstaunlich viel. Ich bin echt überrascht, wie viel das an Masse ist. Das heißt, hier ist definitiv noch mehr Gegner. Daran besteht kein Zweifel. Das Monument kann ich gerade nicht setzen. Belagerungswaage. Okay, die haben Belagerungswerke. Das heißt, weil die Funktionsweise von Ägypten ist schon deutlich anders als von den Atlantikern. Atlantis? Keine Ahnung, was die offizielle Betitelung ist. So, wie lange dauert es noch? Nicht mehr lange bis Teil 3. Es gab auch noch keinen weiteren Angriff, was gut ist. Dass das zweite Dorf immer noch hält. Das heißt, wir haben eben noch Puffer und Bam Bam. Zeit, voranzuschreiten. Befestigtes Dorfzentrum brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich gehe nicht davon aus, bis ich hoffe, dass der... Wir brauchen eine starke Streitmacht, um die Schwerträger zum Wächter zu eskortieren. Ich glaube nicht, dass der Angriff so nah an unser Kerngebiet kommt. Und er ist Garabeus. Das, die sind jetzt mein nächstes Ziel. Einen haben wir auch direkt bekommen. Weil die wirken ziemlich krass. Von meinen ersten Erfahrungen, die ich gegen die bisher gemacht habe. So, wir brauchen mehr Holz. Das heißt, ich brauche mehr Dorfbundets, die ein bisschen Holz sammeln. Noch ein paar weitere Helden ausbilden. Wir holen uns die Upgrades. Es geht doch voran. Schade, dass ich das nicht... Also hier kann ich noch jede Menge Holz sammeln. Da wären noch ein paar Häuser gewesen, die wir nicht geschenkt bekommen haben. Dafür brauchen wir, glaube ich, mehr Gold. Ne, dafür brauchen wir Nahrung tatsächlich für die Bronze-Rüstung. So, weitere Fight. Schön, dass er kann, dass er einfach chillt. Das sah doch etwas elegant aus. Dass ich zumindest nicht den Eindruck gemacht habe, als ob das uns groß Einheiten gekostet hätte. Damit alle Nahrungs-Upgrades sind da. Die Gebäude-Upgrades brauchen wir eigentlich nicht. Die Tower-Upgrades brauchen wir nicht. Die Units-Upgrades brauchen wir. Die Ressourcen-Upgrades sind alle da. Das heißt, das fehlt eigentlich noch. Mehr, weniger Ausbildungszeit auf der Kaserne. Und das... Kann ich da noch weitere bauen? Monument für Götter, aber das braucht einiges an Kohle. Und eine Festung. Eine Festung kann Reitereinheiten. Okay. Dann knallen wir das mal. Hier nach vorne. Das dürft ihr alle machen, weil ihr braucht ewig dafür. Ich hätte gern, dass das nicht so ewig dauert. Das zweite Dorf lebt noch immer, was mich jetzt doch ein bisschen wundert. Ah ne, ich könnte die Zelle aus dem Dorfzentrum ziehen, aber das lohnt sich nicht wirklich, weil das Dorfzentrum steht an der falschen Stelle, um tatsächlich kampftechnisch eine Rolle zu spielen. Fischer Brot ist dann abgegradet. Und wir haben... Okay, einen Leviathan bekommen. Ja gut, dann... darfst du hier mal ein bisschen spielen. Viel Spaß. Ah, es ist ein Transporter. Kriege ein Ritzig bei Angriff. Also er kann Sachen transportieren. Okay, ist hier als Fighter nicht wirklich hilfreich. Ihr seid fertig, das ist gut. Und hier gibt's... hier kann ich nämlich... Wir haben nicht Kavallerie. Um die abzugraten, müssen wir hier vorankommen. brauchen wir noch mehr Dorfbrunner eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Zur Wirtschaft ist bei Weitem nicht so gut. Außer technisch sind wir glaube ich... Ne, sind wir auch noch nicht am Limit. Da gibt's noch eins. Doch, du bist fertig, dann hab ich da auch keine weiteren Gedanken dazu. Die Schmiede macht alles fertig. Und ja, der Rest ist einfach gerade abgibt zu pushen, wenn das ein... Das Ding nervt mein Fischerboot. Mein Fischkutter. Ich glaub, der Leviathan kann da nicht wirklich dagegen kämpfen. Nahkampfangriff hat der. Ist das Ding nah genug, dass ich's angreifen kann? Kannst du das beißen? Nein, er kann nur... Okay, er kann nur... Er kann nur Wasser beißen, wie's aussieht. Das heißt, der Leviathan ist... Wenn wir nicht gerade da übersetzen und da quasi an Land gehen, ist er leider für mich nicht hilfreich. So schade ich das finde. Weil er sieht lustig aus. So, dann können wir uns da noch ein paar Kollegen leisten. Ah, da kommt der Priester, der auf meinen... auf meinen Viech geschossen hat, raus. Da kommen die nächsten Upgrades. Wir brauchen Gold und Nahrung. Das sind größere Mengen. Da hat man schon einige Fischerbooten und Dorfboonen ist es trotzdem nicht genug. Ja, bei 14,7,14 ist meine Aufstellung in der Eco. Aber wir kommen voran. Ich hole mir die letzten Upgrades. Wir haben weitere Skarabeos mit dabei. Wenn das ein Chill, da kann das immer noch. Okay, und da kommt aber auch eine deutlich größere Angriffsstreitmacht vom Gegner. Allerdings haben wir jetzt hier auch ein bisschen bessere Defensivpositionen. Irgendwas hat es uns gekostet. Und er hat Schlangen beschworen. Und nochmal. Okay, Schlangen und Mumien. Er haut einfach alles an Fähigkeiten hier gerade rein. Das ist mein Katapult hat ganz andere Pläne. Knechte. Kriegselefanten. Okay, er spawnt da gerade einfach Units mit denen er uns belagert. Kriegselefanten, Kamelreiter, schwere Wagen. Die Wagenschützen haben wir bereits abgegradet, wichtigerweise. Okay, das Haus haben wir zerstört. Den Push haben wir überlebt. Und das Sutterdorf hat gerade, äh, ja okay, geelefantet. Das heißt, die chillen einige Minuten und dann geht's aber weiter. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, würde ich sagen. So langsam kommen wir in den Punkt, wo ich einfach auf Einheiten umschwenken kann. Die erste Goldade ist gleich weg. Aber wir haben eine zweite nebenan. Könntet euch mit dem Holz dann ein bisschen verlagern. Dann ist euer Abgabeweg deutlich kürzer. Das heißt, ihr baut euch das mal alles. Danke. Und da kommt der eine, die eine der C-Unit noch vorbei. Aber das ist okay. Dann brauchen wir, eigentlich brauche ich noch Belagerungshafen, aber dafür bräuchte den Belagerungswerkstatt, nicht wahr? Belagerungswerke. Okay, der macht einfach alleine Dinge und wir bauen dann auch ein Elefant mal mit dazu. Das Dorf ist noch nicht offiziell zerstört, aber es fehlt auch nicht mehr viel. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein paar Dorfbohne noch für, äh, eigentlich müssen wir mit der Nahrung hinkriegen. Und eigentlich haben wir auch noch ein überfälliges, ähm, Monument. Gott, ein Monument. So, Belagerungswerke. Was können wir denn bauen? Türme. Und die Türme auch noch verbessern. Okay, das heißt, die Upgrades sind durch, die Upgrades sind durch, die Upgrades sind durch. Eigentlich haben wir alle Upgrades durch, glaube ich. Bis auf die Gebäude-Upgrades-Themen aber eh nicht so wichtig sind. Glaubenständisch, die Fähigkeiten sind tatsächlich nicht so krass. Ah, ist das global? Im Moment, damit sollten wir unsere Nahrung verstärken. Das kostet 30. Sonnenfinsternis. Fähigkeit erhöhen Geschwindigkeit. Ah, okay. Das könnten wir für den Fight dann nutzen. Wir haben Kriegselefanten mit dabei. Ich würde sagen, ist der, nee, der ist auch Nahkampf. Sie brauchen noch einen guten Fernkämpfer da hinten. Skarabeos als Front und ich glaube, die Kollegen als Fernkämpfer hinten dran. Das klingt doch nach einer Idee. Schnell produziert das. Eine Festung ist vielleicht ein bisschen wenig. Und das kommt schon der nächste Angriff vorbei. Wer da ein bisschen nervt, der mal in einer hat noch durcheinander wabbelt. Ich werde schon mal erkannt, dass er mal aufhören würde zu chillen. Was hat uns das gekostet? Ich bin mir nicht sicher. Unsere Truppe wird größer und Belagungswacke, dann bauen wir da noch zwei Türme mit dazu. So, Goldade ist aufgebraucht. Aber wir haben ja noch eine. Gold haben wir eigentlich auch einiges. Nahrung läuft jetzt wieder langsamer. Ein paar von euch können Felder anlegen. Weil Gold sollte dann trotzdem gut laufen. Oder müssen wir das letzte Monument bauen? Ich weiß nicht, wie krass dieser boost ist. Es sind jetzt nicht die Fähigkeiten da fand ich die vorigen Fähigkeiten schon mächtiger persönlich. Das ist okay, hier sind noch ein paar Überreste. So, reicht dieser Trupp? Ich meine, Pimm-Bevölkerung sind eh gleich fertig. Mehr geht dann eh nicht. Gucken, wie gut der Trupp vorankommt. Das werden wir dann gleich rausfinden. Dorf bauen mit dazu. 35 ist eigentlich nicht wirklich viel. Die Vorbereitungsphase ist gleich abgeschlossen. Theoretisch kann ich noch einen Fischkotter verheizen mit meinem Transportschiff. Aber wir sind bei 105 voller Bevölkerung. Also drauf da ist die Devise. Der Pult mit dabei. Termine mit dabei. Platz ein bisschen weniger. Meine Skarabäen wandern nach vorne. Irgendwie wirkten die gegnerischen Skarabäen ein bisschen mächtig. Aber ich glaube sie einfach eine massive Rüstung sollten damit einiges durchhalten. Und normale netten fressen sie auch ganz gut. Zudem haben wir erstmal Fläche durchwämmen. Da ist ein bisschen Ärger mit dabei. Der Kollege ist das Skarabäe fällt. Es wird auf jeden Fall wichtig Reinforcements zu pushen. Die Türme fighten. Okay meine ganze Front ist eingegangen. Krass. Krass, krass, krass. Ganze Front hat da gelitten. Aber wir arbeiten uns voran. Ich weiß gar nicht ob ein Frontalangriff im Spiel so vorhergesehen ist. Aber ich mache einfach einen. Ist mir doch egal. Krass voran. Erster Turm ist auch down. Ich weiß nicht was ich tun muss dass er Kantos wieder aufstehen aber bisher absolut keines Interesse daran wieder aufzustehen. Die Kollege ist einfach mega mächtig. Wir haben sehr viel Schaden. Wir haben sehr viel Fernkampf also ich muss eventuell weniger Fernkampf produzieren. Mehr Geld fürs Karabäen und hier hätten wir Speerkämpfer oder Axtkämpfer. Befestigungsanlage müsst ihr mal weg dann hätten wir auch weniger Urga Aktuell nervt die ziemlich aber sie ist auch ziemlich tanky noch mal ein paar Belagerungstürme bauen Ah aber Pulte kann ich jetzt auch wohnen Okay das Ding ist da und das ist wichtig Monument für Pharaonen da ist mir gerade nochmal schön ein nach Produktion kommt immer das Schwert müssen wir bis hierher bringen glaube ich oder dann kriegen wir wahrscheinlich Unterstützung könnte ich mir vorstellen wenn wir dann die Gunst des Wächters quasi erlangt haben dass ist der dann uns hilft also der spin to win ist schon gefährlich hier nicht der spawnt auch ständig welche wirklich nervig können langsam nach vorne wandern das würde ich gerne noch abreißen steht erkannt deswegen liegt er nicht auf weil hier gegnerische Gebäude noch oder gegnerische Präsenz irgendwie da ist bin mir nicht sicher mein Katapult ist down da ist jetzt noch die Palisade auf und dann weiten wir wieder gegen den Rest wir müssen eine zweite Palisade sowieso aufmachen ah ja tatsächlich daran lag es das hilft tatsächlich bedeutend in unsere Kampfstärke jetzt arbeiten wir uns da mal voran bevor das dritte Dorf fällt mehr Axtis mehr Scarabs wie gesagt Empfangkampf mangelt uns nicht und das Schwert darf auch ein paar Meter nachrücken sie springt erstmal oben drüber cool und jetzt machen wir bitte dieses Tor auf äh werden die angegriffen ziehen wir euch mal zurück und ihr könnt gerade noch unser großes Monument bauen ok das ist offen dann sollten wir das Schwert eigentlich durchschleusen können ihr müsst einfach nur da rein ne wo ist hä ach das ist der Wechter stimmt das der fehlt das Schwert der steht in der Haltung da ist ob er ein Schwert hätte aber er hat keins das heißt da müssen wir da müssen wir ran das heißt ihr könnt euch in die Richtung falten lasst bitte das Schwert durch dankeschön und schaut dazu das bitte nicht unser Schwert ist noch von irgendetwas gesniped wird ja ok wir müssen gucken das hier wie viel hat der ok 400 hit points oh und jetzt haben wir ok ja der wächter ist jetzt Teil von unserer kruppe wunderbar das heißt wir oh my god wie viel damage machst du 2000 ja gut der one shottet einfach dinge hat macht spaß gut wird zeit für ok und die truppen laufen jetzt einfach durch und wollen die wollen jetzt fighten das könnte jetzt lustig werden hat wächter ist eine ziemliche maschine die truppe lässt sich da gerade sehr ablenken das gute ist die gegner schweig kommt gerade gesplittet das lautes spinnys krimis ich glaube das also ich glaube die nacht der nachteffekt bringt uns schon einiges da leuchtet nämlich auch meine käfer ganz komisch meine scarabee müssen trotzdem noch die elefanten irgendwie gerade knacken ich gehe mal nicht davon aus die mission kann man schaffen ohne dass man auch nur ein dorf verliert die armee wird gerade er vergriffen dieser wächter ist eine absolute halb gott gut gegen alles ja gut die die beschreibung sagt eigentlich alles aus halb gott gut gegen alles ja das kann man so festhalten und auch hier ist dann die mission direkt vorbei und damit war es das auch von mir mal gucken wie wir da dann im nächsten punkt weiter man ich schätze immer nicht dass der wächter uns bleibt das wäre ein bisschen zu overpowered schön wäre es aber ist uns wahrscheinlich nicht vergönnt bis dann macht's gut und ciao